Glück in der Liebe zu haben, das ist für mich alles, was ein Mensch braucht, meint Anna in einem Krone-Zeitungsinterview der vergangenen Tage. Für sie ist Glück in der Liebe viel wichtiger als Glück im Spiel. Und ich frage mich, was ist für Anna Glück in der Liebe? Heißt es für sie, einen guten Partner zu finden? Oder bedeutet es für sie, sich immer wieder verliebt zu fühlen oder möglichst viele Sex-Erlebnisse zu haben? Was die meisten für das Liebesglück brauchen, das machen mir Umfragen klar. Dort steht immer wieder an oberster Stelle Treue in der Partnerschaft. Und mir wird das auch klar, wenn ich immer wieder Menschen erlebe, die leiden unter zerbrochenen Partnerschaften. Ich denke auch an einen Mann, der mir in diesen Tagen gesagt hat, meine Frau hat mich verlassen, mit der ich zwei nette Kinder habe. Ich war schon dran, Selbstmord zu begehen. Sie lebt jetzt mit einem Freund, den sie in der Jugendzeit kennengelernt hat. Dieser deprimierte, verlassene Mann macht mir klar, zum Liebesglück gehört vor allem auch, dass Partner einander treu sind, besonders die, die einander die Treue versprochen haben. Diese treue Liebe unter den Menschen lässt mich an Gott denken. Er ist für mich jemand, der sich mir und uns allen immer zuwendet, ohne Ende. Und das ist für mich wahres Liebesglück. Und dabei denke ich auch an den Apostel Paulus, der an die Jesus-Anhänger in Rom geschrieben hat, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, ist die Liebe Gottes eingegossen in unsere Herzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.